Der Wettbewerb von Bischofshofen, das ist allerdings jetzt schon das Training, das sind Skispringer. Das sind jetzt Bilder aus dem Kloster. Richtig. Wir haben oben bei der Turnhalle einen Imitationsraum einrichten mit der Hilfe der Athleten. Die Anlagen, die man hier sieht, sind alles Anlagen, die die Athleten selber bauen. Denn das sind die Mechaniker und Schleiner und die haben die Anlagen selber gebaut. Das ist so ein Anlauf, den man abspringen kann mit Rollen, also ganz imitieren kann, wie es auf der Ski wäre. Nicht so schnell, aber doch. Die Automatismen, die man nicht alle nur im Schnee machen kann, mit zu grosser Geschwindigkeit, kann man hier vorbereiten, automatisieren.